Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Grüße gehen an erster Stelle raus an meinem Musikplatz von Desvertrauens Epidemic Sound, bei dem ich seit neun Jahren ein kostenpflichtiges Abo habe und die mir jetzt erstmal einen Copyright-Strike reingedrückt haben. Und zwar für die Outro-Musik in meinem letzten Video, die ich in jedem meiner Videos verwende. Also, lieber Praktikant von Epidemic Sound, ich würde mich freuen, wenn du mein Abo bitte wieder in professionelle Hände gibst und mich damit in Ruhe lässt. Vielen Dank an dieser Stelle. Darum sollte es heute aber nicht gehen, wir wollen uns nämlich heute über Folgendes unterhalten. Und zwar auch Thema Edelmetalle, Gold und Silber, dass nämlich Bitcoin nicht mehr sein All-Time-High erreicht dieses Jahr. Dafür aber im Gegenzug Gold, gegebenenfalls auch Silber. Wir werden also in dem Fall einmal Chart-Analysen machen, schauen, ob das Ganze so eintreffen könnte. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Entstanden ist die Frage nämlich, als ich Folgendes retweetet hatte, nämlich von Peter Schiff, also der mal wieder eine grandiose Prognose rausgehauen hat, dass es wichtig sei, bei 18.000 Dollar den Bitcoin zu verkaufen, weil Gold jetzt das richtige Steckenpferd ist und deswegen so durch die Decke geht, weil Gold weiter steigt, steigt, steigt und steigt und Bitcoin natürlich immer weiter abgestürzt ist. Dasselbe hat der gute Herr nämlich auch schon gecallt, als der Bitcoin bei 3.800 Dollar stand. Also es war mal wieder ein ganz klares Kaufsignal. Das ist nämlich der Grund, warum Bitcoin gestiegen ist. Mit was anderem hat das hier nichts zu tun. Also ihr könnt euch merken, einfach immer das Gegenteil von Peter Schiff machen. Dann seid ihr eigentlich relativ gut auf jeden Fall dabei. Dennoch ist es aktuell so, dass die Edelmetalle sehr, sehr gut performen. Seit September gibt es eigentlich einen sehr, sehr guten Anstieg. Insbesondere auch bei Gold, die wirklich kurz davor sind, aktuell das All-Time-High zu knacken. Dementsprechend wollen wir uns das gleich anschauen. Kurz vorweg da auch nochmal gesagt, ich kaufe in dem Sinne kein Papiergold oder sowas. In dem Sinne, ich kaufe es dann wirklich physisch. Ich trade es auch an der Börse unter anderem. Aber wirklich kaufen als Asset mache ich das rein auf physischem Wege und zwar bei Gran Valora. Dort gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wir können entweder im Münzshop uns Münzen, Unzen oder Barren nach Hause bestellen lassen. Das mache ich auch. Unter anderem habe ich zum Beispiel zuletzt ein paar Silberunzen bestellt, als wir dann noch bei 18 Dollar standen. Noch vor der Differenzbesteuerung. Das war natürlich ein sehr, sehr guter Pick. Aber der Großteil geht natürlich ins Sachwertdepot. Dort haben wir einfach die Preisvorteile. Aufgrund dessen, dass das Ganze in einem Zollfreilager liegt in Frankfurt. Man hat auch die Möglichkeit, sich das zweimal pro Jahr mal anzuschauen. Wenn das wieder der Fall sein sollte, sage ich euch natürlich auch hier auf dem Channel Bescheid. Denn ich werde auch in dem Fall wie immer vor Ort sein. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, sich das mal anzuschauen. Also das sieht wirklich sehr, sehr krass darin aus. Ja, das Edelmetallportfolio performt auf jeden Fall aktuell sehr, sehr gut. Klar, jetzt haben wir auch wieder bullische Zyklen in den Kryptomärkten gesehen. Aber generell, Edelmetalle sorgen schon länger für ein grünes Portfolio. Insbesondere, wer auch Technologiemetalle aufgenommen hat. Auch das kann man bei Gran Valora machen. Denn insbesondere Hafnium hat geistesgestört performt hier aktuell. Also damit habe ich wirklich die meiste Rendite gefahren. Und dass man so eine Rendite fährt, das ist natürlich bei einem Sachwertdepot relativ selten. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich hoffe natürlich, dass das in dem Fall so weitergeht. Wenn ihr da auch Interesse dran habt, Link dazu ist in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Oder ihr könnt mir natürlich per Telegram, wenn noch Fragen über sind, auch gerne persönlich dazu kontaktieren. Ich habe einen 500-Euro-Sparplan dafür jeden Monat. Geht hier in erster Linie natürlich nicht um die reine Rendite, sondern um den Inflationsschutz und den Werterhalt. Und dafür ist das Portfolio wirklich sehr, sehr gut aktuell. Gut, switchen wir aber rüber, um hier mal eine Chart-Analyse zu machen. Das ist auf jeden Fall erstmal der Gold-Chart. Ist wirklich auf sehr, sehr gutem Wege. Also seit September auf jeden Fall, wie gesagt, steigende Kurse. Impulsiv daraus reagiert sehr, sehr stark. Wir stehen da wirklich kurz vor dem All-Time-High. Also viel fehlt da tatsächlich nicht mehr. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass er hier vollständig die Korrektur abschließt. Und da wirklich nochmal auch die 1,5, gegebenenfalls sogar 1,4 anläuft. Dann hätte ich vor allem auch selber aggressiv nochmal in Gold investiert in dem Sinne. Das ist so ein bisschen schade, dass er das nicht gemacht hat. Grundsätzlich klar, dass er dieses Jahr das All-Time-High schlägt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Beim Bitcoin, ja, da in dem Sinne natürlich eher weniger. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass wir bei Bitcoin ein neues All-Time-High sehen werden. Dem würde ich aber erst 2024, 2025 zuordnen. Ich glaube nicht, dass wir 2023 schon das neue All-Time-High sehen, auch wenn wir zwischenzeitlich jetzt natürlich wieder bullische Kurse sehen könnten. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir direkt auf die 30.000 zusteuern. All-Time-High glaube ich in 2023 trotzdem noch nicht. Im Gegensatz zu Gold, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, dennoch glaube ich auch nicht, dass wir extrem darüber hinaus schießen. Ich denke auch, dass da langsam dann auch wieder die Korrektur eingeleitet wird. Das war sehr, sehr häufig so. Wenn es gerade in Richtung All-Time-High geht, dann hat es vorher wieder korrigiert. Also eine Long-Term-Prognose für Gold, wenn wir jetzt hier mal vom Tief von der Finanzkrise 2008 ausgehen mit der Bewegung hier, dann sieht das Ganze für mich auf jeden Fall so aus, dass wir da tatsächlich Richtung 3.000 bis 3.500 Dollar auch tatsächlich bei Gold kommen könnten. Das, wie gesagt, ordne ich aber definitiv nicht diesem Jahr zu. Ich kann mir vorstellen, dass wir es dieses Jahr knacken, das All-Time-High, aber dass wir auch hier dann erstmal wieder korrigieren. So, ja, vielleicht bis 2.400 maximal, wenn überhaupt. Und auch hier denke ich, dass wir dem Ganzen eher mindestens 2, 3 Jahre noch Zeit geben könnten. Aber, dass das hier definitiv möglich sei, dass Gold auch 3.000 Dollar aufwärts erreichen kann. Hier hätte ich mir, wie gesagt, gewünscht, dass er die Bewegung vollständig korrigiert und dann daraus reagiert. Dann wäre das für mich noch wahrscheinlicher gewesen aus der technischen Analyse, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Auf jeden Fall kein unrealistisches Szenario, laut der Chart-Analyse könnte definitiv so kommen. Dann schauen wir uns auf jeden Fall nochmal Silber an. Das hat auch der ein oder andere gefragt, ob Silber das Potenzial hat, das neue All-Time-High zu schlagen. Das ist auf jeden Fall schwieriger, hat das charttechnisch allerdings sehr, sehr schön gemacht. Also ich hatte hier eine Short-Position eröffnet, die aktuell auch noch im Plus steht. Habe ich übrigens auch schon Break-Even gezogen, also Verlust kann ich hier nicht mehr machen. Hoffen wir einfach, dass der nicht mehr umkehrt. In dem Sinne, also ich würde ihn auch hier gerne korrigieren sehen, dass er hier noch einmal runterkommt und dann final durchstartet. Ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln, dass das kommt als solches. Aber Silber hat in dem Sinne genau das gemacht, was ich mir auch eigentlich bei Gold gewünscht hätte. Also ihr seht, ich habe hier schon extrem häufig Silber analysiert. Also ist wirklich, hier hat die Bewegung vollständig korrigiert, wirklich bis zum tiefsten Punkt. Das war hier so der Punkt, wo ich auf jeden Fall nochmal Silberunzen physisch gekauft hatte. Und daraus hat er perfekt rausreagiert. Von daher, das sieht charttechnisch, ist das ein sehr, sehr schönes Bild. Machen wir das Ganze gedüns mal aus, dass wir das hier besser erkennen können. Also das könnte dementsprechend Analyse und vor allem auch Trade-technisch, ja, traden können wir es dann natürlich an der Börse über einen Broker, hätte das nicht besser laufen können. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus bei Silber. Aber grundsätzlich, ja, gehe ich auch davon aus, dass da 2023 dieses High hier nochmal bricht von 30 Dollar. Neues All-Time-High glaube ich nicht, denn dann würden wir hier knapp über 50 Dollar brechen. Das war auch hier so der straighter Move nach der Finanzkrise 2008. Aber da sind wir natürlich noch ein ganzes Stück von entfernt. Und das würde ich dem nicht ganz so schnell zuordnen. Allerdings auch hier, Long-Term, definitiv möglich. Also, dass wir das in den nächsten drei bis fünf Jahren dann vielleicht erreichen. Auch hier habe ich in dem Fall durch diese schöne Korrektur das Preisziel von 48 bis 55 Dollar ungefähr bei Silber zugeordnet. Also ich glaube, auch da ist dann dementsprechend, ist natürlich auch prozentual ein deutlich größeres Wachstum als dann bei Gold. Also auch Rendite-technisch noch ganz gut was drin. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze performen wird. Also ja, im Vergleich zum Bitcoin für dieses Jahr 2023, insbesondere Gold, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dort ein neues All-Time-High sehen und bei Silber zumindest das vorherige High von 30 Dollar brechen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bei Bitcoin sehe ich dieses Jahr definitiv noch kein neues All-Time-High. Aber grundsätzlich müssen wir ganz klar sagen, sowohl Edelmetalle als auch Kryptowährungen sind als solches wertsteigernde Märkte. Das heißt, rein theoretisch ist dann wirklich unendliches Wachstum möglich in dem Sinne. Insbesondere, wenn natürlich immer mehr Geld gedruckt wird und in den Markt geschmissen wird. Von daher bin ich nach wie vor ein Fan davon, beides ins Portfolio zu nehmen. Ich würde nicht eins irgendwie abstoßen oder sowas und sagen, man geht jetzt All-In hier, All-In da. Auch wenn natürlich bei Bitcoin das größere Potenzial herrscht, würde ich in dem Fall nicht meine Edelmetalle verkaufen. Umgekehrt natürlich erst recht nicht. Also ich finde, es ist nach wie vor die Diversifikation. Man sollte auch nicht All-In-Krypto gehen. Ich weiß, dass es einige hier auf dem Channel definitiv so machen. Wer das so macht, der sollte sich definitiv auch nochmal über eine Absicherung in dem Fall Gedanken machen, damit einfach nicht die Quittung kommt, wenn dann da wirklich nochmal der große Crash kommt. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu und die Chartanalyse zu Silber und Gold. Was denkt ihr? Werden wir dieses Jahr noch ein neues All-Time-High bei Gold tatsächlich sehen? Und auch in Zukunft tatsächlich auf die 3000 Dollar zugehen? Und könnt ihr euch vorstellen, dass wir auch endlich mal wieder bei Silber ein neues All-Time-High sehen sollten in den nächsten Jahren? Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mir immer sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.